Die Züchter-Tochter mit ihrem Stationshemst Schaustar, ein Traumhemst dieser Sandro Hitzon, der von Anfang an hier in Aachen eine riesen Fan-Gemeinde hatte. Wer hat das gedacht, als er ihr das erste Mal auftrat, dass er einmal Europameister werden würde? Und das Schönste ist, unter der Tochter des Hengst-Alters. Ganz souverän macht sie das hier, die Sophie Holtenbrink mit ihrem schwarzen Traum, der sich hervorragend vererbt. Vor wenigen Tagen hatte sie bereits ihren ersten S-Sieg mit 73 Prozent. Gratulation dazu! Und ganz sicher führt sie ihn hier durch die Arena, ihren Europameister, den Showstar von Sandro Hitz, Bundeschampion und ein absolut toller Vererber. Seine Nachzucht überall hochbegehrt, hochbezahlt und ich glaube, Qualität kommt nie aus der Mode. Ja, die junge Gare hält Einzug bei uns, die Nachwuchsreiter, die vielleicht einmal in 10, 12 Jahren die Grand Prix-Entscheidungen in Europa bestimmen werden. Hier, Sophie Holtenbrink mit ihrem Showstar. Toller Grundsitz, ganz viel Einfühlungsvermögen und ein spektakulärer Sandro Hitz und bleibt er, der Showstar, der uns immer wieder Freude macht. Begonnen hat sie ihre große Erfolgsserie mit dem rheinischen Rockwell, dem wir ja ganz viel zu verdanken haben. Und nach Rockwell, der das Fundament legte, war es ein Showstar, der zu den Top-Erfolgen führte. Das sind auch heute Höchstnoten hier in diesem sicher und gerade Sprung und Wechseln. Jawoll, schöne Wechseltouren. Jawoll, das sind Trappmomente hier. Ich hoffe, dass wir tolle Fotos kriegen. Wunderbar. Showstar. Und ich glaube, Frau Busen, einen schönen Blumenstrauß für diese aktuelle Europameisterin. Wir freuen uns auch, wenn die jungen Reiter hier in Haas mit dabei sind. Und so viele große Anerkennung uns hier entlücken. Toll, herrlich, super. Und ich glaube, ein so schöner Auftritt und ein Sieg bei der Europameisterschaft.